Wir sind im 2. Level Ähm, in der 2. Welt Im 3. Level Wir gucken uns das mal an Wuhu Wuhu Wo geht das jetzt? Das Spiel, was soll das? Sieht das noch normal aus wie eben? Oh, Kuchen Wir haben immer noch So ein Rubbelkopf Die Platte brennt Die Platte brennt Au Ich glaube, ich brauche hier Stein Mal gucken, ob es hier Stein gibt Ja, verschwindet nur, ihr Lümmel Ne, ich weiterge... Au Pam Denkste Ich hätte gern wieder Feuer schon mal Oh ja, wir brauchen Stein Kuchen ist gut, das stimmt Na, hier ist ein braunes Ding Da brauchen wir auf jeden Fall einen Stein Au Gibt es hier einen Stein? Das ist die Frage Ey Ja, wenn wir jetzt Verrecken, dann holen wir uns im Hände irgendwo einen Stein Okay, komm Boah Ah, ich glaube, wir landen nicht aus dem Level raus, hä? Ne Am Wo gab's denn jetzt direkten Stein? Hier so, hör Hi Ich hab mal Muffins Äh, ich hab Mini-Muffins Cool, krieg ich einen? Ach, bei Twitter reinposten, dann freu ich mich Au Unter dem Hashtag Keine Ahnung Kuchen für Habibi Das ist ein Hashtag, der meiner würdig ist Muss ich jetzt das Level erst durchspielen, damit ich das dann hab? Ich weiß das doch nicht Boah Pfeil Wupp Na komm, wir spielen das Level mal lieber durch Alter Boah Damit kommen wir vielleicht ein Stück schneller voran, immerhin Jetzt macht er das Level schon wieder Was soll das denn? Das trägt mich auf Oh, extra ein Bohrer ausgepackt Au Na komm Ha Kann man da drauflaufen? Ne, natürlich Nein Ey, das ist ja Wahnsinn Dann hab ich halt Geduld Ich hätte aber gern was anderes Einmal Ich werd wahnsinnig Das Spiel ist nichts für mich Ich bin nicht gut ins Spielen Nee, ich bin ne Knutschkugel Was? Wer ist denn ein Riesenstein? Pumps Ja, Mann Ey, du bist du best. Du bist du bist dys Role Okay, du bist du bist Je nöd Oh, erst mal zur Sicherheit hier reinkugeln. Dong. Ich laufe hier locker gleich in den Gegner rein. Haha, dachte... Ah ja, ich habe noch einen besseren. Wartet. Wartet, wartet, wartet. Hey, ich habe doch gesagt... Oh, ich wollte in den Gegner reinlaufen. Mann, jetzt bin ich enttäuscht. Jetzt bin ich reingelaufen. Jetzt freue ich mich. So, auf jeden Fall ein Spiel, was mich Speedman-mäßig auch interessieren würde. Ich frage mich, was da so am schnellsten ist. Ist bestimmt nicht schlecht. Los, ich will da hoch, ich will da hoch, ich will da hoch, 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 hoch. Abwärts. Ob der da hochkommt? Locker nicht. Wow. Wer schafft das? Na! Oh Gott, zum Glück. Aber jetzt geht's abwärts. Nein, nein, Maus Aha, ich lebe gefährlich Ich mit meiner Knutschkugel Eine Karte Yes Ungriff Pumps Leute, habt ihr denn euch das Mafia-Replay schon von Thrawnest ein bisschen angeguckt? Es ist doch so toll Ich leider noch nicht, aber es ist auf jeden Fall toll War die schon in dem Film? Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber wäre bestimmt gut Was bringen die Karten? Das sind einfach nur Goodies, so zum Einsammeln Also nicht mal ein Goodie, sondern ein Collectible Ähm Die füllen unsere Enemy-Info fürs Ende auf Die möchten wir uns dann angucken Wir hoffen mal, dass wir bis dahin alle Karten haben Es gibt nämlich sieben Seiten, glaube ich, waren das jetzt Pumps So Hey du Du Dino-Schädel Ich mache die jetzt kaputt Wotts Na, aber siehst du, das ist doch schön, Vanny Vanny, Vanny, muss ich mir sagen, da bin ich raus Warum Ach so Ja, müsst ihr mal gucken Pumps Ich finde schön, dass der Christoph doch wieder angefangen hat Also hat er nie Also ich weiß ja nicht, ob er gesagt hat Ich habe keinen Bock mehr Aber Ist doch schön Was weiß denn ich, wo ich jetzt hier reingehe Ich gehe hier rein Ist das hinten? Ah Ihr verdammten Schweine Nein, hoch, hoch, hoch Oh, cool Yes Wenn ihr das Wanny das klingt Aber als wäre es im Sommer auch noch Darauf Oh, halt Wir gucken mal, ob wir da nicht was finden Yes, ein Stern Habt ihr schon mal einen Stern gefunden? Ich glaube nicht Runterrollern Zurückrollern Immer diese Carpador Hallo Die geben auch Boomerang Mein Gott Ich muss es ihm ja jetzt nicht vorsingen Höh Abwärts Brrrr 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 Oh Oh Wie niedlich Ihr seid ja toll Sehr schön So, was will wir noch auch mal hören Wupp Wie meinst du? Blub 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 Lass mal Stein werden Hoch Weil ich glaube da oben Oder auf der anderen Seite oben gleich Ist noch der letzte Abwärts Hier ist schön Man kann runterdrücken Damit man schneller absinkt Wenn Mario auch so schnell schwimmen würde Hätten wir alle kein Problem mit ihm Ist das denn Ganz schön weit Hä Halt Ach so Hier ist noch ein Abteil Sehr schön Ja, okay Äh Naja, ist doch ne schöne Sache Gesang ist auch immer ne schöne Sache Ich freu mich nicht darauf Morgen da Allein mit meinen Lehrern zu sitzen Au Na Vielleicht möchte er Dass du Deine Deine Sangesleidenschaft Einfach woanders auslebst Damit er es nicht Wenn er es nicht mag Nicht hören muss Ich weiß das nicht Ich kann das nicht beurteilen Mir singt hier ja niemals was vor Ihr seid Uuuuuh Niemals vor Ihr seid gemein Das war Nummer 3 glaube ich Und wir schwimmen Mit erhobenen Hauptes Ins Ziel Und schnappen wir uns Das Kärtchen Jawohl Du kannst wenigstens singen Max Man muss nicht singen können Um zu singen Aber was brauchen wir denn Hier brauchen wir auf jeden Fall Elektro Irgendwie Hoffen wir mal Dass wir das ja finden Also weg damit Was ist da hinten los Hier hat was geleuchtet Uuuuh Oh ja Wir brauchen Elektro Wir brauchen unbedingt Normales Elektro Bitte Alter Er ist ein Wildschwein hinterher Laufen Uuuuuh Kann man es noch nicht singen Gehört Müsste auch nicht Gehört Ja Du hast es knapp verpasst Nicht schlimm Ich bewerf euch mit einem Ninja Stern Wenn da gar keiner ist Du hast gar keine Zuschauer Stefan Oh gemein Nein tut mir leid Au Meine Bombe Oh mein Gott Mach es gut Kenji Ich wünsche dir noch Einen schönen Abend Ja hier brauchen wir Elektro Och man Jetzt habe ich hier nichts Ach nee gar nicht War gelogen Ich lüge eigentlich recht gerne, wie ihr merkt. Kann man die auch einsaugen? Jawohl, nice. Ich glaube nämlich, das brauchen wir gleich. Ach komm, kann ich bitte... Nee, ich möchte nicht sterben. Der war fies, Max. Aber ich hab dich trotzdem lieb. Oh, alles ruhig, Mann. Warte, wartet. Oh, macht euch mal locker. Und jetzt können wir nämlich hier... Verdammt, ich dachte, hier kann man jetzt hell machen. Och, nö. Och, nö. Drei, vier, fünf, sechs, sie... Och, nein. Ach, sind zu viele. Ich dachte, wenn ich Elektro hab, dann seh ich das jetzt. Wir probieren's einfach. Na, oh, La Velle. So, nimm... Vielleicht ist ja richtig. Ist nicht richtig. Oh, Mann. Ich war mir sicher, da brauchte man das. Wartet. Minikuchen, fach ich mir, sauber. Hier, warte, wir nehmen mal nur dich. Vielleicht brauchen wir ja nur den einen. Wuuu. Wow. Dong. Ups, up. So, jetzt zeigt aber mal bitte. Was brauchte man denn da? Das ist ja fies. Das werden wir irgendwann später herausfinden, wahrscheinlich. Dann kommen wir hier einfach nochmal zurück. Du hast gesagt, du willst auf Anhieb durchspielen. Ruhe. Ihr Schandtäter. Solange ich nicht beide Mega Man-Ettitions hab, gibt's ja gar nichts geschenkt. Nein, war ein Witz. Ich hab echt gedacht, das wäre das, das wäre jetzt so ein Stein. Oh. Au. Mich doch nicht. Watz. Ja, das war jetzt kein Problem. Äh, wupp. Uhhh. Oh, hu. Was ist denn eine Lampe? Hm. Was ist, Wanny? Oh, gegnert's. Moin, Daniel. Au. Du, Lümmel. Ach, jetzt hab ich auch noch so ne Kackwaffe dagegen. Okay, das hat keinen Schaden gemacht, wie ihr gesehen habt. Oh nein, jetzt kommt der Nächste auch noch. Wuh. Määääääää. Ne, was hab ich denn davon? Oh, mach's gut, Sepp. Ich wünsch dir noch einen schönen Abend. Määäääää. Bff. Aber wenn diese zwei, weiß nicht. Würfel. Nee, sind keine Würfel. Diese Dinger, nicht schon genug wären. Au! Nein! Nein! Dann folgt dich wann ja. So, um. Geh nochmal aufs Level. Dich brauch ich. Oh, du musst schnell in den Kristall. Wupp! Wow, Wildschwein! Vanny. Ja, sorry. Ich bin... Hast du schon mal so hart trainiert, dass deine Finger... Blut schwitzen? Nein! Aber meine Finger haben schon öfter gelutet. Das kommt vom Schleppen manchmal. Weil ich mich immer übernehme. Und dann... Ratsche ich mich irgendwo auch, weil ich ein bisschen doof bin. Aber ist auch allgemein bei mir so. Ich habe mir aber noch nie was gebrochen. Ich habe nicht so lange Sehne im Fuß. So, jetzt wüsst du ein bisschen was über mich. Ich schon. Und zwar... Au! So. Oh Gott, das Kopfkino. Warten! Oh Gott, das ist eine Glühbirne. Oh Gott, das ist eine Glühbirne. Ein Pirat sticht auch ins Rote Meer. Schaut mal! Sonne, Wasser und Fisch. Das war ja klar. Das hätten wir auch viel einfacher haben können. Sonne, Wasser und Fisch. Sonne. Wasser. Und da Fisch. Yes! Aber dann weißt du immerhin, dass du was geleistet hast. Dass du dich schön angestrengt hast. Na, weil Daniel ein richtiger Mann ist. So aussieht wie 40, aber richtiger Mann. Nein, ich bin... Au! Yes! Ich hätte gerne eine andere Waffe. Wenn ich ehrlich bin. Für den Boss. Ich bin genauso schnell wie ihr. Oh, oh, oh. Ich bin schneller als ihr. Ja! Aufgeben kannst du bei der Post. Ne, aufgeben ist nicht. Nein! Ich wollte nicht frischen. Aber habt ihr mal eine Animation gesehen, wie er frisst? Einfach... Ähm. Aber muss ich die Levels erst... Die Levels? Die Level immer durchmachen. Doch, klar. War auch nur, weil ich das vorhin mal geschrieben hab zu ihm. So, jetzt warten wir ein bisschen, bis wir die angreifen können. Ja, wir warten einfach. Komm, da... Au! Damit hab ich nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, wir ganz geliegen durch. Ha, da... Ich werd nicht getroffen, wetten. Oh, Scheiße. Mhh! Na, ich das ganz, ganz locker hier wegstecke. Nichts passiert mir hier. Geh weg! Geh weg! Nein! Mann! Ja, ich weiß doch. Die zwölf Jahre. Geh mir doch bloß weg. So, und jetzt... Ab jetzt können wir angreifen. Jetzt sind wir ganz oben. Mein Kopf juckt! Und jetzt... Oh, ich muss mal warten. Oh, ich muss mal warten. Ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken. Bleib! Ich warte einfach, bis ihr euch umdreht. Ne, will ich nicht. Ich erwischt ihn locker nicht mehr. Ich erwischt ihn locker nicht mehr. Ich bin ganz... Ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken. Das war der letzte Schlag. Vielen Dank, auch Klugscheißer. Oh, kann ich das... Nee, dann habe ich bestimmt meine Waffe nicht. Nicht mit mir. Och, los. Wir wollen doch so schnell wie wir können voran. Wo ist der Typ mit der roten Mütze? Warum war heute nicht? Mario machen wir demnächst weiter. Am Sonntag kommt auf jeden Fall Pokémon erstmal wieder. Mit Janice. Da wollen wir mal ein bisschen weiterkommen. Weil das haben wir ja schon ewig an, das Projekt. Hä, wie kann man denn ein Projekt anhaben? Ja, ha. Das kannst du nicht mit Zelda vergleichen. Ja, toll. Jetzt muss ich mir sagen lassen, ja, Kirby ist schwerer als Zelda. Flupp. Yes. Noch eine Karte. Mal gucken, ob wir am Ende... Nisch, die Abo. Ob wir am Ende alle haben, wenn wir das einmal durchmachen. Dann müssen wir aber wieder warten, bis die fertig sind. Blut, 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 blut. Probe ich so lange aufs Handy. Nein. Ha. Ich bin voll der Pro-Player, wie ihr seht. So, Entschuldigung. Au. Hä, Kirby, hab ich auch schon viel gespielt. Nichts kann er wohl, siehst du doch. Ich krieg nicht mehr Schaden, wenn ich die jetzt berühre. So, jetzt sind wir oben, jetzt mach ich die fertig. So, jetzt... Vielleicht gehen wir die auch in einem Run fertig. Och, was soll denn das? So, jetzt... Ach, wir haben ihn getroffen. Das war, glaube ich, eine doofe Idee. Ha. Auch noch erwischt. Blusche. So, jetzt... Machen wir die fertig. Ja. Genau das habe ich mir gewünscht. Oh Gott, ich werde wahnsinnig. Das könnte sogar stimmen. Gar nicht. Das war 2000. Soweit ich weiß. Und flipp. Yes. Haben wir verstanden, was von 2000 war? Vor allem... Das 64 kam doch erst. Das 64 ist jünger als ich. Das kann gar nicht sein. Du, Lusche. Oh, guck mal, ja. Ah, du bist ja erst... Ich bin 22, danke. Ja, doch. Oh, ja. Wisst ihr, wenn ihr richtig Kohldampf habt... Ey, lasst euch einfach was malen. Seht ihr das? Oh. So schmackhaft. Und sie einfach hier ein kleines Sandwich haben. Guck mal, Apple. Plupp, 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 plupp. Äh, was ist denn das? Hehe. Oh, eine Tropenwelt. Ja, aber wir fressen lieber weiter. Ja. So, damit machen wir beim nächsten Mal weiter. Ähm, wir gucken mal, ob wir jetzt hier irgendwo ins Hauptmenü kommen. Speichert sich das von selbst? Oh Gott, wartet. Wir machen das mal... Speicher speichern. Reset. Und dann gucken wir uns jetzt mal unseren jetzigen Fortschritt an. Jawohl, 35% haben wir schon, also viel fehlt nicht mehr. Äh, wir gehen unsere Enemy-Info angucken. Anscheinend haben wir noch keine Enemies gefunden, weil das wäre ja auch lächerlich. Pwnhead. Leider ist das die einzige Info, die wir kriegen, und zwar den Namen. Nu. Pompi. Den Kaktus. Na, Kaktüsse? Das heißt Kaktin. Ne, ich mein dich. Kakti. Skarfi. Oh, hier haben wir ordentlich gesammelt. Ignus, Flora, Sabon und Mopo. Und das war's auch schon. Und jetzt würde ich sagen, wir spielen ein Minispiel. Ja, ich spiel nur. Äh, ich spiel als Kirby. Äh, hab ein Space und hab zwei Space. So, unser Ziel ist es, bis zum Schluss zu kommen. Ah! Hier hast du es. Oh, da muss man mich ganz schnell konzentrieren, wenn ich ehrlich bin. Ein Frosch! Oh! Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Ich bin doof, Mann. Ja, Mann, ich kann das überhaupt nicht. Ja, was soll's? Ich gewinne trotzdem. Ja! Yes! Yes! Erstmal Airpunches. Ach, die schaffen's doch nie. Ey, da kann ich mir ja auch noch was zu trinken holen in der Zeit. Sehr lächerlich ist das. Oh, ich fäng fest. Oh, ich fäng fest. Haben sie die Luschen geschafft? Immer noch nicht. Ich hab' ich doch gesehen. Wuhu! Best Score! War ja auch klar, weil... So, ähm, wir spielen aber noch eine Runde. Aber auf dem nächsten Schwierigkeitsgrad. Oh, wow. Das war ein Top-Start. Oh mein Gott, hier liegen Bananenschalen rum. War Donkey Kong etwas zu gegen... Boah! Boah, wir gucken mal, wie ich... Ey, jetzt läuft er auch gut. Der frosch schon wieder! Nein! Boah! Max, du springst immer in dasselbe Kackzeug rein. Ja, vielen Dank auch. Boah! Lässt dein Fröschen bitte auf die Bahn. Boah! Boah! Ich kann auch Muse machen. Also, ich glaube, ich hab' gewonnen. Aber versuchen, solange bis wir verloren haben. Nein, nicht nochmal. Ihr seid Nasen. Oh, die sehen hart aus. Oh, jetzt verliere ich. Peter, das ist nicht amuse. Pff, ist mir egal. Nein, ich mag Tiere. Das sind so Spiele, da regt man sich richtig auf, wenn man zu viert spielt. Ey, ich kann doch nicht darauf warten, dass der Frosch verschwindet. Boah! Ich find's da cool, dass ich das drumherum gar nicht bewege, sondern echt nur meine Rennstrecke. Was soll das denn? Boah! Oh, das war aber schon knapp, Leute. Eine Runde haben wir aber noch vor uns. Ich glaube, very hard. Oh, wir waren nicht mal eine Sekunde schneller. Na, jetzt aber. Oh, intens. Oha! So, Leute, jetzt los. Ey, sag mal. Ey, die sind schneller als ich. Nein! Warum? Ich glaube, was von Unfairness gehört. What the fuck? What the fuck? Der verdammte Wollerdi. Nicht mit mir. Bestimmt gar nicht. Ich hab doch Geschwister. Danni, der hat einen Frühstab gemacht. Haha, sich ausgerutscht. Muss ich hier auch noch im Takt drücken, oder was? Mann! Mein Gehirn kann das doch nicht so schnell verarbeiten. Ich bin doch schon älter. Warum sind die denn so viel schneller als ich? Das gibt's doch nicht. Ich war gerade vorne. Oha! Das war Unfair. Ich musste länger warten als alle anderen eindeutig. Nein! Ja! Ja! Weil sie voll schlecht ist, Mann! Und damit... Ja, ihr beiden. Was ist denn... Das ist ja lächerlich. Ihr seid beide gleichzeitig ins Ziel gekommen. Das glaube ich nicht. Damit haben wir alle vier in der Runde geschafft. Und dann würde ich sagen, wir wenden es. Und Kirby für heute bei... An dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Gut. Kirby haben wir dann abgearbeitet. Wir lassen aber die Musik...